Tag zusammen! Teil 2 der Zeigervorlesung behandelt Zeigerarithmetik. Wir fangen also an mit Zeigern tatsächlich zu rechnen, gucken uns aber auch an, wie der Zusammenhang zwischen Zeigern und Arrays ist. Keine Sorge, das wird jetzt nicht so lange wie der vordere Teil, wie der erste Teil über Zeiger an sich, aber da habe ich auch noch ganz viele verschiedene Erklärungen reingepackt, deshalb habe ich da so viel geredet. Das wird jetzt kürzer. Gucken Sie sich diesen Code mal bitte an. Eine Main-Funktion, zwei Zeigervariablen, einmal Integer-Pointer, bezeichnet als int p, um so ein bisschen nochmal den Integer-Pointer klar zu machen, der auf null initialisiert wird. Character-Pointer, Name Character-Po oder Char-Po, auch auf null initialisiert und dann machen wir damit was. Was machen wir damit? Wir geben jedes Mal was aus und zwar was? Erstmal den Text int p plus one ist gleich neuer Platzhalter. Was ist das für ein Platzhalter? Pi steht für Pointer. Das heißt, hier können wir Zeiger reinfüllen und dann werden die uns auch als Zeiger angezeigt, also hexadezimal, werden also nicht als Variable interpretiert oder als als Dezimalzahl oder als Character, sondern hier sehe ich tatsächlich die Adresse, die da drin steckt. Und was stecke ich rein? int p plus one. Also starte bei null und addiere eins und dann gucken wir mal, was passiert. Das mache ich dann für die zwei und für die drei auch noch auf dem Integer-Pointer und genau das gleiche Spiel, auch bei null startend, mache ich für Character-Pointer, auch wieder plus eins, plus zwei, plus drei. Die Ausgabe ist dann dieselbe. Ich gucke mir also an, was Char-P plus one als Adresse ergibt, wenn ich mit null beginne. Überlegen Sie kurz, was die Ausgabe sein wird. Ich starte bei null. Da ich damit nichts mache, ich dereferenziere das nicht, gucke mir erlediglich die Adressen an, ist das in Ordnung? Versuchen Sie jetzt bitte nicht diese Adressen zu dereferenzieren. Das geht schief. Das sollten Sie nachher nutzen und das werden wir nachher auch nutzen, wenn wir das mit Arrays zusammenbringen. Dann werden wir natürlich nicht bei null starten, sondern an Speicher starten, an einer Speicherstelle starten, die uns gehört. So, was ist die Ausgabe hiervon? Das hier. Was kriege ich raus? Mein Integer-Null-Pointer plus eins ist eine vier, hexadezimal eine vier. Mein Integer-Null-Pointer plus zwei ist eine acht. Mein Integer-Null-Pointer plus drei ist ein hexadezimales c. Beim Character-Pointer, auch wieder bei Null-Pointer startend, eins, zwei und drei addiert, kriege ich tatsächlich eine eins, zwei und drei raus. Und da stellen Sie sich jetzt sicherlich die Frage, warum ist das so? Gucken wir uns das an. Da gibt es nämlich Rechenregeln. Addition des Wertes 1 zu einem Zeiger erhöht, dessen Adresswert nicht um 1, nicht zwingend um 1, sondern um die Größe des referenzierten Datentyps. Und das ist nachher sehr praktisch. Der Zeiger zeigt dann anschließend auf das nächstmögliche Datum des referenzierten Datentyps. Gucken wir uns das im Speicher mal an. Das sind jetzt wie auch immer große Dateneinheiten oder Datentypen, Werte des Datentyps. Und zwar hier a gleich 3, b gleich 1, c gleich 4, d gleich 1. Und dann kann ich mir die Adresse von diesem Fach ermitteln, kann die in einem Zeiger speichern, Zeigerdatentyp auf diesen drunterliegenden Datentyp. Addiere 1 und bekomme die Adresse hiervon. Addiere nochmal 1 und bekomme die Adresse hiervon. Nochmal 1 addiert, bekomme die Adresse hiervon. Und das ist unheimlich praktisch. Ansonsten würde ich ja, wenn das jetzt, nehmen wir mal an, das sind alles 2-Byte-Datentypen. Ansonsten würde ich ja hier starten, 1 addieren und dann lande ich hier und dann habe ich ja nichts Sinnvolles mehr, was ich anfassen kann. Noch 1 addiert, führt mich hier hin und dann muss ich ja wieder wissen, wie breit mein Datentyp ist und das wäre total unpraktisch. Und deshalb gibt es diese Rechenregel. Und dann machen wir weiter. Addition und Subtraktion ganzer Zahlen ändert den Adresswert dann um entsprechend vielfache, um entsprechende Vielfache der Größe des referenzierten Datentyps. Das setzt sich also sofort. Ich kann also dann von hier aus 2 addieren und dann lande ich hier. Auch sehr praktisch. Und dann schlussendlich die Differenz, also n gleich y minus x, zweier Zeiger gleichen Typs, liefert das Offset, das man zu x addieren müsste, um zu y zu gelangen. Also die Anzahl von Werten, die dazwischen passt. Anschaulich, y ist das Ente-Datum des bezeichneten Typs nach x. Hier sollte natürlich das stehen. Also wenn ich mir das hier ausrechne, y minus x, dann ist y das so und so vielste Datum-Datenelement aus diesem Datentyp, das dann nach x kommt. Gucken wir auch hier nochmal rein. Das ist das Nullte, das Erste, das Zweite und das Dritte. Und wenn ich jetzt den Zeiger hier drauf, die Adresse hiervon, minus die Adresse hiervon, also das ist ja nicht Adresse nur, sondern das steht ja auch irgendwo im Speicher, wenn ich hier von dieser Adresse diese Adresse abziehe, bekomme ich eine 1, 2, 3 raus. Das ist drei Datenelemente später als das hier. Und so kann ich mit Zeigern rechnen. Gucken wir uns den Zusammenhang zwischen Zeigern und Arrays an und der ergibt sich eigentlich nahtlos aus dem, was ich Ihnen gerade zu den Rechenregeln erzählt habe. Nehmen wir dieses Array, 8 Elemente, so initialisiert im Code. Wenn Sie im Code jetzt einfach nur a schreiben, dann zeigt a auf das Element Nummer 0, ist aber etwas formaler gesehen ein Zeiger auf dieses allererste Element Nummer 0. Das könnten Sie jetzt auch schreiben als a plus 0. Dementsprechend zeigt a plus 1 hierhin, a plus 2 dahin, a plus 3 hierhin und so weiter. Also a ist Zeiger auf das 0. Element, wenn das Array a heißt in diesem Fall, a ohne Klammern, ganz wichtig. Also a ist Zeiger auf das 0. Element, beziehungsweise enthält die Adresse des Elements a mit Index 0. Adresse ermittelt, in einen Zeiger gespeichert, dann ist das das a. Und wenn Sie das haben, dann können Sie a selber dereferenzieren und erhalten a an Index 0. Nochmal, a ist der Zeiger hierhin und wenn Sie den Zeiger dereferenzieren, kriegen Sie diese 3. Das, was Sie mit a Index 0 auch bekommen würden. Genauso, nach den gleichen Regeln, ist dann a plus i, nochmal, a ist der Zeiger auf das 0. Element, tatsächlich. Also a alleine geschrieben, der Array-Name alleine geschrieben, ist der Zeiger auf das 0. Element. Dann ist a plus i Zeiger auf das ite Element. a plus i enthält also die Adresse von a mit Index i. Andersrum gedreht, wenn Sie sich a plus i dereferenzieren, haben Sie a an Index i. Nehmen wir an, i ist 3. Dann zeigt a plus 3 hierhin, ist also ein Zeiger. Und wenn Sie sich a plus 3 dereferenzieren, bekommen Sie dieser 1. Genauso, wenn Sie schreiben würden a Index 3, bekommen Sie auch dieser 1. Das heißt, diese Schreibweise mit den eckigen Klammern, wenn Sie so wollen, ist nur eine Vereinfachung oder eine Komfortfunktion zu Sternchen a plus i. Also dieses a mit den eckigen Klammern i ist eine Vereinfachung dieser Schreibweise. Funktioniert aber ganz genauso. Und das ist der Zusammenhang zwischen Arrays und Zeigern. Die sind einfach nur schlau aufgeschrieben, aber eigentlich arbeiten Sie da mit Zeigern unter der Haube. Sie sehen es nicht direkt im Code, aber es passiert. Oder man kann es sich zumindest so vorstellen, dass es passiert. Ein bisschen offensichtlicher wird es, wenn Sie mit Arrays als Parametern arbeiten. Und das haben wir schon getan. Im Modularisierungsabschnitt haben wir das schon gemacht. Nehmen wir den Code, ein Array mit ein paar Einträgen. Ist jetzt nur ein kleineres Array, aber ist eigentlich genau das gleiche wie vorhin auch. Hat jetzt nur sechs Einträge. Und dieses Array gebe ich mit den Mitteln, die Sie schon kennen, an die Funktion Output weiter. Dann bekomme ich mit dieser Funktion Output eine Ausgabe, die mir jeden Array-Eintrag ausgibt. Ich gebe die Anzahl an, ich übernehme das Array auf. Dann habe ich eine Schleife bis zur Anzahl, was die Elemente abzählt und gebe jedes Element aus. Und dann habe ich eben diese Ausgabe, die ich haben möchte. Dann rufe ich die Funktion Revert auf. Die soll mir das Array umdrehen und das mache ich so. Auch hier wieder Anzahl und das Array wird übergeben. Eine passend laufende Schleife, die mir dann das Array umdreht. Warum ist die Schleife so aufwendig? Naja, ich muss bei A gleich 0 starten und mit Z am Ende starten. Und dann dürfen A und Z nicht aneinander vorbeilaufen. A läuft hoch, Z läuft runter. Und dann führe ich hier den Tausch aus. Und dann drehe ich mir das Array um. Aber der wichtige Schritt hier dran ist, ich darf nicht aneinander vorbeilaufen. Ansonsten würde ich ja direkt wieder zurücktauschen. So, was hatten wir hier gesagt? Was passiert hier, wenn ich Arrays als Parameter übergebe? Da wird die Zugriffsinformation kopiert und nicht die Daten. Und jetzt zeigt sich, diese Folie hatten wir schon mal. Die, die es schon gesehen haben, haben es erkannt. Die, die da noch nicht reingeguckt haben, das finden Sie früher schon mal. Hier steht wiederholt von der Folie später mehr dazu. Das ist jetzt später. Wir machen an der Stelle jetzt weiter. Was hat es damit auf sich, dass diese Zugriffsinformation kopiert wird und wir damit in der Funktion Zugriff auf die Originaldaten haben? Sie können sich das jetzt schon beantworten. Diese Zugriffsinformation ist also offensichtlich der Zeiger oder die Adresse, die da kopiert wird. Denn beim Funktionsaufruf kann ich nicht anders als einen Wert kopieren. Aber wenn ich es geschickt mache, habe ich das Gefühl, als würde ich in die Daten reingucken und die Daten eben nicht kopiert haben. Und genau das passiert hier. Dieses Data ist der Array-Name. Wir haben gerade gesehen, der Array-Name ohne eckige Klammern geschrieben, ist ein Zeiger auf das 0. Element. Und den bekomme ich hier oben rein in eine vermeintlich Array-Variable, die aber nichts anderes ist als ein Zeiger. Das haben wir ja gerade schon gesehen. Glücklicherweise kann ich hier die eckigen Klammern benutzen und dann verhält sich das Array so, wie ich es kenne. Mit dem Wissen, dass das aber ein Zeiger ist und ich hier durch die eckigen Klammern eine Dereferenzierung vornehme, wenn Sie so wollen, habe ich jetzt wieder den Effekt, dass ich auf die Originaldaten zugreifen kann, weil ich ja die Adresse hier reinkopiert habe und ich nicht die Adresse verändere, also das, was ich auf der Kopie bekommen habe, sondern die Adresse dereferenziere, den Zeiger dereferenziere, nachgucke, was in den jeweiligen Fächern drin steht und Fachinhalte tausche und damit habe ich dann Zugriff auf die Originaldaten. Und damit funktioniert dann auch dieses Revert. Wir haben jetzt schon diesen Code hier mal in einer Swap-Funktion gesehen, so ähnlich, nicht mit Arrays geschrieben, aber zum Tauschen von einzelnen Zahlen, also können wir die hier auch direkt mal anwenden, dann haben wir das, was wir im ersten Teil gezeigt haben, hier mal eingebaut. So sieht das dann aus. Diesen ganzen Block kann ich ersetzen durch Adresse des Arten-Elements und Adresse des Z-Ten-Elements, weitergegeben an meine Swap-Funktion, die übernimmt ja zwei Integer-Pointer. Und dann kann ich hier den Tausch machen, so wie wir den im ersten Video gesehen haben. Dann kann ich den Code schon mal kürzer schreiben mit einer Funktion, die ich habe. Und da ich ja mit Zeigern mittlerweile arbeiten kann, kann ich das einfach machen. Okay. Mit dem Wissen, dass das hier Zeiger sind, aber jetzt noch nicht so geschrieben sind, kann ich mir das hier oben noch angenehmer schreiben. Ich muss mich dann nämlich gar nicht um die Indizes hier mehr kümmern. Im Moment mache ich das ja noch. Ich gehe ja davon aus, das hier ist ein Array, also arbeite ich damit wie mit einem handelsüblichen Array. Ich arbeite also mit Indizes, setze die Indizes hier ein, habe aber jetzt das Problem, dass ich die Adresse der indizierten Array-Elemente brauche, um die an Swap weitergeben zu können. Und das möchte ich vermeiden. Ich möchte ja nicht hier schon wissen, da kommt ein Zeiger rein, den dann doch wieder dereferenzieren, gewissermaßen durch diesen Index-Zugriff, und dann wieder Adressen bilden. Das will ich lassen, das möchte ich einfacher haben. Also kann ich doch direkt auf den Zeigern arbeiten, wenn ich dieses Wissen schon habe. Und dann machen wir das. Hier kommt ein Zeiger rein, das wissen wir schon. Also kann ich den doch auch hier oben aufnehmen. Dann muss ich ja nicht hier so tun, als wäre das noch ein Array. Ja, es ist ja hier draußen ein Array, ich kann aber mein Verständnis einsetzen, dass ich ja auch mit Zeigern arbeiten kann. Und dann lasse ich die Schleife auch nicht mehr auf Indizes laufen, wenn ich das ja schon weiß, sondern ich arbeite mit Zeigerarithmetik und führe mir hier eine neue Zeigervariable Other ein. Was ist dieses Other? Das ist Count-Elemente später, nach dem, worauf Array gerade zeigt, und einen abgezogen. Also auch wieder der Zeiger auf das letzte Array-Element. Das ist genau die gleiche Rechnung, die wir gerade eben auch mit Indizes hatten. Die kann ich hier mit Zeigern machen. Das ist also die Initialisierung dieser zweiten Variable, die ich brauche, dem Pendant zu dem Index-Z, was ich vorhin hatte. Dann sorge ich hier an der Stelle dafür, dass die Schleife nur so lange läuft, wie Array nicht an Other vorbeigelaufen ist und jetzt nicht mehr mit Indizes argumentiert, sondern mit Pointern argumentiert. Aber auch die sollen ja nicht aneinander vorbeilaufen. Die Adressen sollen sich nicht überschneiden, ja, vertauschen. Und dann kann ich auch bei dem Increment oder bei dem Update ein Increment und ein Dekrement auf dem Pointer machen und zähle dementsprechend die Adresse um ein Datenelement hoch, beziehungsweise die Adresse hier um ein Datenelement runter. Ganz wichtig, nicht um ein Byte rauf oder runter, sondern um ein Datenelement. Und dann ist das natürlich alles abhängig hier von den Typen, die da vorne stehen, wie breit die sind. Und dann kann ich direkt in Swap gehen. Und dann habe ich mir auch im Code diesen umständlichen Weg mit den Indizes gespart, wenn ich das hier sauber begriffen habe, was Zeiger sind. Und dann kann ich das machen. Und das Gleiche, was ich hier für die Revert-Funktion gemacht habe, kann ich dann auch für die Output-Funktion machen. Und ich denke, die können Sie sich selber erklären. Was nutze ich hier? Nochmal zur Erinnerung. Ich nutze den Zeiger auf das erste Element und die Info darüber, wie viele Elemente in meinem Array drin sind. Das gebe ich an diese Funktion weiter. Vielleicht schreibt sich diese Funktion aber auch besser, wenn ich nicht Startpunkt und Anzahl übergebe, sondern Anfang und Ende. Kann sich vielleicht ein ganz kleines bisschen intuitiver aufschreiben und auch ein bisschen intuitiver lesen. Ich übergebe also einen Zeiger auf den Anfang und einen Zeiger hinter das letzte Element. Sie werden in G2, wenn Sie C++ machen, die Standardbibliothek benutzen, da das End in dieser Interpretation finden. Und die nehmen wir auch hier schon, damit der Begriff dann einmal durchgängig bleibt. End zeigt hinter das letzte Element. Hat auch damit zu tun, dass ich da noch was einfügen kann. Aber das sehen wir bei den dynamischen Containern. Dann gucken wir da auch nochmal rein. Also Anfang und Ende. Und dann läuft meine Schleife, solange wie der Anfang, das was hier in Beginn steht, noch nicht am Ende angekommen ist. Und in jedem Update setze ich das, was in Beginn steht, ein Rauf. Nicht ein Byte, sondern ein Datenelement weiter. Und dann kann ich, da wir uns hier in Update befinden, einfach so das Element ausgeben, was durch den aktuellen Wert von Beginn bezeichnet wird. Und dann ist das vielleicht noch ein bisschen kompakter aufgeschrieben. Als ich das vorher mit dem Count hatte, natürlich komme ich jetzt nicht umhin, über die Anzahl der Elemente Bescheid zu wissen. Aber die Anzahl der Elemente muss Output gar nicht kennen. Die Anzahl der Elemente brauche ich nur draußen zu wissen und kann dann auch hier Startpunkt und Ende ausrechnen. Was ist noch ein Vorteil dieser Variante außer der kompakteren Schreibweise? Wenn ich es so mache, kann ich viel einfacher Teilbereiche weitergeben. Okay, ich kann das auch machen, wenn ich Startpunkt und Anzahl der Elemente mache, die ich dann ausgeben möchte. Aber wenn ich in dieser Denkweise bin, ich gebe Bereiche aus dem Array an und möchte nur die ausgeben, dann ist es vielleicht wirklich mit Startpunkt und Ende etwas besser beschrieben. um in dem Bereich zu bleiben. Wenn ich Output so schreiben kann, kann ich auch Revert so schreiben. Wobei Vorsicht, hier ist es vielleicht komfortabler, das letzte Element, die Bezeichnung des letzten Elementes oder den Zeiger auf das letzte Element anzugeben und nicht das End. Dann muss ich hier drin nicht mehr rechnen. Aber ansonsten kriegen Sie das, glaube ich, auch mit dem Wissen, was Sie bisher haben, selber gelesen. Ganz wichtig hier, diese 5 liegt jetzt einfach daran, dass ich hier das letzte Element nehme und nicht hinter das letzte Element zeige. Aber mit ein bisschen Übung wird diese Unterscheidung dann, denke ich, auch klar. Und das deckt sich dann auch so ein bisschen mit dem, was wir nachher in GIP 2 mit der C++-Standard-Bibliothek machen können oder mit den Bezeichnungen, die wir dann da drin haben. Okay, Arrays können wir. Arrays von Zahlen können wir an dieser Stelle. Damit können wir dann eigentlich auch Zeichenketten als Parameter machen. Wir sind ja auch nur Arrays. Wenn wir Arrays als Pointer darstellen können, können wir das Wissen jetzt hier auch direkt mitnehmen. Nehmen wir nochmal unsere Funktion isLowerCaseLetter, die einen einzelnen Charakter übernommen hat und dann festgestellt hat, also hier True oder False, ob das tatsächlich ein Kleinbuchstabe ist. Und diese Funktion können wir jetzt in einer Funktion MakeUpperCase benutzen, die eine gesamte Zeichenkette, hier versteckt sich es im Parameternamen, großschreiben soll. Wo finde ich im Parameter tatsächlich, dass es sich um eine Zeichenkette handelt? Das ist ja nur eine Behauptung, das ist ja nur die Beschreibung, die ich daher selber wählen kann. Ich sehe das hier. Character-Sternchen ist ein Zeiger auf einen Character, ist aber gleichzeitig die Zeigerschreibweise für ein Character-Array. Und das hatten wir ja gerade bei den Ganzzahl-Arrays auch schon gesehen. Wenn ich also hier mit dem Zeiger auf das erste Element reingehe, kann ich diesen Zeiger dereferenzieren und laufe, solange der nicht der Nullpointer ist. Und bei jedem Durchlauf oder nach jedem Durchlauf, genauer gesagt, zähle ich diesen Zeiger hier einen hoch, inkrementiere die Adresse um ein Datenelement. Und hier ist es jetzt einfach, es ist ein Character, ein Datenelement ist ein Byte breit. Also addiere ich tatsächlich auch die 1. So, und dann gucke ich, ob der Character dereferenziere, also den aktuellen Zeiger, den Zeiger auf den aktuellen Character dereferenziere, um den Character zu kriegen, füttere das hier oben rein, kriege ich die Antwort raus, Groß- oder Kleinbuchstabe. Und wenn das ein Kleinbuchstabe ist, dann hier wiederum den Zeiger dereferenziert, um den aktuellen Character zu kriegen. Und da addiere ich dann die Differenz hinzu, um vom kleinen A aufs große A zu kommen. Und das haben wir, glaube ich, jetzt auch schon oft genug erklärt, dass das das Offset ist, was ich brauche, um aus Kleinbuchstaben Großbuchstaben zu machen. Und im Gesamtzusammenhang, so bediene ich das Ding. Ich habe ein Character Array, das Pferd frisst keinen Gurkensalat, ist eine Zeichenkette. Die kann ich in Großbuchstaben schreiben lassen, indem ich diese Funktion aufrufe. Und dieser Make-Upper-Case jetzt aber natürlich wieder nur den Zeiger auf das erste Element mitgebe. Dann läuft das hier durch, fragt immer, ob ich Kleinbuchstaben habe, macht die Kleinbuchstaben groß. Und dann komme ich hier unten mit der großgeschriebenen Zeichenkette raus. Was habe ich Ihnen gezeigt? Ich habe Ihnen die Rechenregeln für Zeiger erklärt. Das funktioniert so, wenn wir eine 1 auf den Zeiger addieren, gehen wir nicht unbedingt nur ein Byte weiter. Wir gehen so viele Bytes weiter, wie der Datentyp breit ist, der durch den Zeiger bezeichnet wird. Und da wir das so machen in C, sind wir eigentlich auch direkt bei dem Zusammenhang zwischen Zeigern und Arrays. Da funktioniert nämlich der Index bei Arrays genauso wie das, was ich zu einem Zeiger addiere, wenn ich beim Start des Arrays anfange, bei der Adresse des Starts des Arrays anfange. Und so hängen eben Zeiger und Arrays zusammen. Und damit wird dann auch einiges klarer, was wir in den vorherigen Vorlesungen und Praktika und Übungen eigentlich schon benutzt haben. So, wenn wir Arrays können und Arrays als Parameter nutzen können, dann können wir natürlich auch Zeichenketten als Parameter nutzen und damit unsere Funktionen vielleicht ein ganz kleines bisschen einfacher schreiben, Schleifen einfacher schreiben und müssen dann nicht immer den Umweg über Indizes gehen. Wir dürfen den Umweg über Indizes gehen, das bleibt uns unbenommen. Auch da können wir nachher von einem indizierten Array-Element die Adresse ermitteln und dann weiterarbeiten, wenn wir mit Zeigern weiterarbeiten wollen. Wir haben aber auch den direkten Weg, da, wie gesagt, Zeiger und Arrays eng miteinander zusammenhängen, da ich ja nur einzelne Fächer im Speicherbediener aneinstelle.